chinesen engländer römisches reich franzosen sind konter für engländer und franzosen sind konter für schwertkämpfer aber wenn er mit schwertkämpfer kommt wahrscheinlich ein problem was war das ja wohl die schlechte grafik der mühle ja keine ahnung ekelerregend sogar afrika huu huu allah allah man bei mir ist ganz schön viel offen Wer ist gelb? Ich? Gelb und Benno, Schede, war so ein bisschen nah dran. Hast du mal die Schafe hier geklaut? Eigentlich nicht. Jetzt bin ich am Arsch. Kommt noch ein Schaf hier irgendwo? Ja da. Ich bin nicht eins. Hä? Warum sind der jetzt viermal drin? Buffon. Seiko. Chhhh. Quad? Masson. Zerka machst du dann hier zu? Muss ich jetzt auf Holz schicken, schnell Escolto Finite Ensalat, Kierte Cavalo Escolto 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 Vado Chuuu Kierte Pfff Oh ja, das ist enorm Es passt schon Chuuu Escolto Escolto Edifico Me Vacas Vacas Ubi Espeto Escolto 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 ab und ab und von ab und ab und ab und ab mai Qued me? Rado labura Hey Hey vache Labur spera Mande squad Cavale parat Perfecte Paratus et promptus Parat por venir Parat por venir Si somes Secco materia Warte, komm, geh auf Geh auf Stein Coses era mazonata Parats por labura Pssss Vande squad Monacial por la materia Parat por venir Parat por venir Joma solo la cause Si Si somnets Perfecte Qued orden Rado kitost Felicet beate Cursor obéi Cursor obéi Andes squad Labour speranze Coses era mazonata I 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 20 Davon sind vielleicht 5 soldaten also habe ich 15 doch vor und insgesamt umgebracht nicht mal fünf soldaten sind drei vielleicht soldaten das das ist diese zwei sekunden wo du mehr hast oh man geiles spiel